So Leute, lange ist es wieder her und damit herzlich willkommen zu einer neuen AKF. Wir gucken uns heute den Mais an. Wir sind hier auf dem zum Teil erstgelegten Mais. Der sieht gut aus, der hat sich gut entwickelt. Ich habe hier vor drei Tagen die Herbizidmaßnahme gemacht. Die sollte eigentlich auch gar nicht so spät, aber gewisse Umstände, ich sage mal Regen, Wind, zu warmes Wetter tagsüber, nachts dann Regen und Wind, dass man da auch nicht spritzen kann, haben dazu geführt, dass sich relativ spät diese Maßnahme gemacht hat. Optimal wäre natürlich hier im Zwei-Blatt-Stadium. Was man an dem kleinen Kollegen natürlich auch sieht, der lag wahrscheinlich hier auch dazwischen im Maisstroh oder wo lag er und hat deswegen nicht gekeimt, weil er bei relativ taugenden Bedingungen war. Jetzt sieht man das aber, der hat gekeimt und er wächst noch gut voran. Der holtert natürlich nicht ganz mehr wieder auf, aber er sorgt dafür, dass wir keine Lücke haben. Wir haben hier den Mais gelegt. Ne, ist gar nicht mit zum Erstgelegten. Der ist so ziemlich Mitte bis Ende gelegt worden. Auf der anderen Seite, das stimmt. Wir haben erst da drüben das Stück gemacht, dann haben wir erst hinten alles rum und am Ende kamen wir hier in diese Richtung zurück. Das stimmt gar nicht. Der war gar nicht ziemlich am Start gelegt worden. Was hier so ein bisschen auffällt, wenn man so in die Runde guckt, der ist nicht perfekt homogen. Ich denke, es liegt teilweise so ein bisschen an die Ablagegenauigkeit. Hier sieht man auch wieder ein kleiner, der danach kommt. Maisstroh, bisschen Unebenheiten und Steine führen natürlich dazu, dass die Schare vielleicht nicht optimal durch den Boden geführt werden. Ich habe hier eine Vorauflaufbehandlung gemacht. Das heißt, nach der Saat bin ich hier mit einem Totalherbizid rübergefahren und ich denke, das war auch notwendig und wichtig, wenn ich euch das gleich mal zeige. Wir haben übrigens ein Kommentar letztes Mal gewesen. Ich habe ja gezeigt, dass wir beim Sortenversuch, habe ich auch gesagt, Vorauflaufbehandlung und da hat einer darunter geschrieben, könnte man nicht flach mulchen, so das Unkraut unterdrücken und dass der Mais sich quasi etabliert. Ich halte das persönlich für keine gute Idee, denn viele Unkräuter und Gräser haben sich ja darauf spezialisiert, gut in dem zu sein, was sie sind und zwar Kräuter. Also die wachsen wirklich gut, der Begriff Kräuter war jetzt nicht optimal, aber die wachsen wirklich gut, auch bei schlechten Bedingungen und teilweise abartig gut. So eine Rispe hier, so eine kleine Rispe. Also ich habe hier für euch mal ein Versuchsfenster angelegt, in dem ich nicht behandelt habe. Hier seht ihr das, habe ich nicht behandelt und hier sieht man natürlich, wenn wir zum Beispiel eine Rispe haben. Die macht sich unheimlich breit, aber die kriegen wir mit dem Mulcher natürlich nicht erfasst. Eine Distel würden wir gut wegkriegen. Hier haben wir 1-2 Distel, was wir aber jetzt zum Beispiel Vogelmiere nicht gut wegkriegen würden. Die haben wir hier, die macht sich ja extrem breit, wie ihr seht und da leidet der Mais auch extrem drunter. Seht ihr das schon mal, was das an Kraft dem Mais kostet und gerade in den ersten Wochen bis zum 8-12 Blatt verliert der Mais extrem an Ertrag, wenn er unter Konkurrenzdruck leidet. Und ihr seht, wie das hier aussieht. Nicht optimal und so hätte die ganze Fläche jetzt ausgesehen. Wir sind vier Wochen nach der Saat und wenn man unter bestimmten Bedingungen vielleicht nicht früher raufkommt, dann hat man hier die Arschkarte. Und was macht man dagegen, wenn das Feld jetzt so aussieht? Das kann passieren und mir ist das auch dieses Jahr passiert auf einer anderen Fläche. Da kommen wir heute aber nicht hin. Die zeige ich euch nächstes Mal. Die ist weiter weg. Ich habe da ein Totalherbizid gefahren, während wir gelegt haben. Quasi ich habe eine Nachtschicht nicht gelegt, sondern ich habe gesagt, oh Detlef, Mensch, wir müssen unbedingt, ich muss unbedingt Totalherbizid hier fahren. Die Flächen, die laufen uns jetzt hier wirklich weg mit den Kräutern. Darauf habe ich, ich habe ja die bewusst später behandelt, weil ich die Sonnenblumenwelle abwarten wollte. Ich wollte warten, dass die Sonnenblumen aufkeimen und dann behandeln. So jetzt kam der Mais aber ultraschnell. Also der Erstgelegte und das war der Erstgelegte, kam innerhalb von einer Woche. Nach vier Tagen, fünf Tagen glaube ich, habe ich gesagt, ich muss jetzt heute Abend unbedingt. Ich habe das gefahren und es war Regen mit einer geringen Wahrscheinlichkeit 1 Millimeter angezeigt. Und dieser eine Millimeter muss da vor Ort gekommen sein, denn ich habe mit derselben Tankmischung tatsächlich auch diese Fläche behandelt. Und hier hat es ja absolut gewirkt und da hat es ganz marginal gewirkt. Ja, also die Pflanzen, das stand so wie hier. Ja, das ist nicht wirklich weiter gewachsen, aber es hat nicht gewirkt, dass die Pflanzen tot gegangen sind. Und letztendlich sah die Fläche jetzt auch wirklich katastrophal aus. Ich habe die als direkt als erstes behandelt. Aber was macht man, wenn das Kind mal in den Brunnen gefallen ist? Und das kann passieren und ich weiß, das passiert auch anderen, wenn man hier durch die Gegend fährt. Ich bin die Seenrunde gefahren, 308 Kilometer mit dem Fahrrad, Leute. Und ich kann euch sagen, ich war nicht der Einzige, dem das hier passiert ist, dass die Flächen so aussahen. Was macht man? Man sucht auf jeden Fall Herbizide, die gut wirken, die eine gute Wirkung haben, auch spät und die wirklich auch kräftig sind. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel hier Laudes Aspect Pack gefahren. Keine Werbung jetzt für diesen Hersteller. Ich habe damit wirklich gute Erfahrungen. Ich habe das die letzten Jahre nicht gemacht und vor ein paar Jahren hat ja mein Faddy noch den Pflanzenschutz gefahren und der hat jedes Jahr Laudes Aspect Pack gefahren. Und ich habe, muss ich ehrlich sagen, aus, ähm, aus Spargründen habe ich dann irgendwann gesagt, nee, das ist zu teuer, lass das mal sein. Aber ich kann euch unterm Strich sagen, von diesem Mittel bleibt der Mais nicht stehen, ja. Normalerweise fährst du deine Herbizidbehandlung und der muss das auch ein bisschen verkraften und abbauen und dann wächst er wieder voran. Aber ich kann euch sagen, hier mit dem Mittel, der wächst einfach weiter, als wenn ihm das gar nicht stört und zusätzlich ist das Mittel hart, ja. Also ich habe hier vor drei Tagen behandelt und wie ihr seht, die Pflanzen reagieren schon drauf. Die Vogelmiere hält auf, hier die Distel hält auf, die Brennnessel hält auf, die haben natürlich auch richtig Blattmasse. Hier punktuell ist es schon ein bisschen die die Melde, die knickt hier oben schon ab, ja. Das heißt, das wirkt auch. Und das ist natürlich wichtig, dass wir das in den Griff kriegen. Und wie können wir das Ganze vielleicht noch verstärken, um noch die Wirkung zu verbessern? Und da können wir ein Additiv einsetzen. Ich habe zum Beispiel Kantor mit eingesetzt und ich setze Kantor jetzt ungefähr seit zwei Jahren ein. Was macht das Mittel? Kantor ist quasi ein Additiv, was die Wirkung des Pflanzenschutzmittels verbessert, ja. Wir haben mehrere Wirkungen da drin. Wir haben ja im Spritzwasser oder ich fahre mit Leitungswasser, ich habe da zum Beispiel Cation. Cation binden sich an das Pflanzenschutzmittel und machen das damit unwirksam. Was könnte man noch machen? Man könnte zum Beispiel Regenwasser nehmen. Ich habe keine Möglichkeit Regenwasser so viel in den Mengen einzusammeln, dann muss es extrem sauber sein. Ja, also sobald Algen sich bilden, haben wir denselben Effekt. Auch die Algen, die Grünmasse daran, die Biologie bindet sich ans Pflanzenschutzmittel, macht es unwirksam. Dann säuern wir den pH-Wert an. Das ist nicht immer zwingend notwendig bei einigen Maisherbiziden. Die wirken teilweise besser im alkalischen Bereich Richtung Acht, aber reagieren trotzdem mit Cation. Das heißt, wie konditionieren wir das? Wir machen den Spritztank voll, dann machen wir Kantor rein, dann binden wir die Cation, dann machen wir das Maisherbizid rein und dann im Anschluss könnten wir den pH-Wert erhöhen, zum Beispiel mit Bohr. Ja, Bohr würde man ja theoretisch trotzdem fahren. Das wäre die Möglichkeit, dann haben wir wirklich eine gute Wirkung. Des Weiteren brechen wir mit Kantor die Oberflächenspannung des Wassers. Die Tropfen perlen deutlich weniger ab, die bleiben haften und wir durchdringen deutlich besser auch die Wachsschicht der Pflanzen. Ja, also der Wirkstoff dringt in den Pflanzen ein und erhöht damit dann auch die Wirkung. Das hat zur Folge, dass wir im Gesamten auch die Wirkung reduzieren können. Das ist hier nicht 100% Aufwandmenge, sondern 80% Aufwandmenge, 20% weniger. Da bitte aber auch mit Erfahrung. Also ich habe ja nun ein bisschen Erfahrung inzwischen damit, wie die Flächen aussehen, welche Pflanzen da drauf sind, wie die darauf reagieren sollten und wie die darauf reagieren. Ja, denn das Additiv kostet natürlich ein bisschen was. Ich glaube bei MyAgrar 29 Euro der Liter. Wir brauchen laut Kantor Seite 150 Milliliter für 100 Liter Wasser. Wenn wir jetzt 200 Liter Wasser fahren, brauchen wir 300 Milliliter von dem Mittel pro Hektar. Das macht dann 9 Euro pro Hektar. Das Mittel kostet hier 65 Euro pro Hektar. Ja, wenn wir da mit 80% runtergehen, dann haben wir ungefähr 10 Euro Ersparnis. Und damit heben wir dann quasi die Mehrkosten von Kantor auf. Wir haben damit eine bessere Wirkung. Ja, denn wir erreichen so ziemlich dasselbe wie mit 100% Aufwandmenge. Und wir haben dadurch auch eine bessere Benetzung. Und im Gesamten arbeitet sich das ein bisschen besser. Hier habe ich natürlich auf 100% hoch genommen. Auf Wirkung, also auf sowas natürlich 100% Aufwandmenge, Kantor dazu, damit das richtig wirkt. Ja, weil hier, das kostet letztendlich richtig Ertrag. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber ich sage mal so, 30% vom Ertrag sind hier weg. Und ich wollte euch noch hier zeigen. Hier die Kamelle sieht man auch wunderschön, wie die den Kopf hier schon wegdreht. Wie die hier oben hell wird und den Kopf wegdreht. Also es ist wirklich wichtig, dass wir richtig gut benetzen. Und da hilft uns Kantor wirklich immens. Und das Mittel, was ich euch jetzt hier quasi erzähle, das ist jetzt auch kein neumoderner Kram, sondern Kantor ist wirklich seit Jahren eine gestandene Sache. Und viele gute Ackerbauern setzen das ein in der Nachbarschaft überall. Kantor ist sehr bekannt. Von daher, das ist nicht irgendein Hype hier, der jetzt momentan durch die sozialen Medien geht, durch eine Werbekampagne, sondern das ist wirklich ein gestandenes, gutes Mittel. Und wir können es überall einsetzen, wo wir wirklich eine gute Wirkung auf dem Blatt erzielen wollen. Natürlich können wir es auch als Bodenherbizid, in Bodenherbiziden einsetzen. Aber die Wirkung auf dem Blatt ist natürlich deutlich besser. Wir haben zusätzlich die Vorteile, dass Kantor in allen Pflanzenschutzmitteln zugelassen ist. Auch Beizen. Ja, wir dürfen es überall einsetzen, Insektizide, Herbizide, Fungizide. Und gerade durch die Ansäuerung des pH-Werts haben wir in Insektiziden und Fungiziden eine deutlich bessere Wirkung. Weil ganz oft, zum Beispiel im Raps, fahren wir Insektiziden im Bohr dazu, erhöhen zusätzlich noch den pH-Wert und dann vermindern wir dadurch die Wirkung des Insektizids und mit Kantor wirken wir dem Ganzen entgegen. So, was ich euch aber eigentlich zeigen wollte, der sieht ja jetzt im Gesamten gut aus und viele fragen sich jetzt auch, wie lange braucht das eigentlich, bis der nach unten gewurzelt ist. Ich versuche den mal hier ein bisschen auszugraben. Ich habe heute Anton Spaten mit, Leute. Anton, vielen Dank, dass ich den Spaten haben darf. Und meine Erfahrung aus dem letzten Jahr, dieses Jahr ist natürlich, jetzt haben wir schon eine Menge Wurzeln weggeschnitten gerade. Dieses Jahr ist es natürlich so, dass wir schnelles Wachstum auch an Oberfläche haben durch die Temperaturen. Und in den letzten Jahren kann ich euch sagen, sobald der in diesem Stadion war, ja, quasi zwei Blatt bis zum drei Blatt, war er schon am zweiten Gülleband dran. Und jetzt können wir uns das mal angucken, wie die Wurzel aussieht, wie schön verzweigt die Wurzel aussieht. Ich habe jetzt schon einiges abgeschnitten, aber da sieht man das mal durch die Ammonium Ernährung. Wir haben das Gülleband stabilisiert mit Nitrifikationshemmer, dadurch haben wir eine verstärkte Ammonium Ernährung und dadurch haben wir diese verzweigten kleinen Wurzeln. Die können sich natürlich viel, viel besser Mikronährstoffe und auch unter anderem Phosphor aneignen, denn wir geben hier keinen mineralischen Phosphor dazu. So, die wollen wir mal wieder eingraben. Was natürlich auch dieses Jahr wirklich dem Ganzen sehr begünstigt, ist, dass wir a, wirklich viel Wärme haben. Seit dem Maislegen haben wir permanent über 20 Grad, wir hatten beim Maislegen Tage sogar mit 29 Grad, da feuert er richtig voran. Wie gesagt, der erste Mais ist nach einer Woche draußen gewesen, das kann er bei warmen Temperaturen wachsen, denn da kommt er her, aus warmen Regionen. Denn wenn der Weizen anfängt ab 25 Grad zu schwitzen, weil er einfach kein CO2 mehr gebunden kriegt in seinen Blätter für Photosynthese, kann der Mais weiterarbeiten, denn Mais ist zum Beispiel, nicht zum Beispiel, Mais ist eine C4 Pflanze, während eine C3 Pflanze der Weizen ist. Das heißt, der hat einen anderen Photosynthesezyklus. So, die Distelnester hier, das war auch hier so ein bisschen kleiner Problemacker, sag ich euch ganz ehrlich, das war letztes Jahr die Sonnenblumen, die ich nicht richtig sauber gekriegt habe. Und da habe ich natürlich, das ist ja ganz anderen Unkrautdruck jetzt, ne, die haben ausgesamt und 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 und, und da geht es jetzt auch richtig steil, aber das werden wir gut Herr der Lage und der Mais ist ja auch wirklich jetzt in einer guten Phase, das Ganze jetzt schon zu überwachsen. Ja, bin ich eigentlich guter Dinge. Was war denn das? Ich mein, was hat denn, ach ne, das ist bloß übereinander gegangen, oder? Das ist ne Hufe, ne Hufe, die übereinander gegangen ist. Das sah fast aus irgendwie wie, ach, was weiß ich, ne Bärenklaue. Alles in allem Mais steht gut. Nächstes Mal gucken wir uns mein Fauxpas an, der mir da passiert ist, ähm, aber der steht gut. Herbizide wirken. Das ist auch wichtig. Die Düngung wirkt auch. Das heißt, äh, Gäreste, man sieht das schon, bin ja hier nur in der Region mit Striptill, ähm, ein kleiner Exot, also gar nicht so viele machen hier unmittelbar Striptill. Und, ähm, da gucken wir uns das nächste Mal übrigens an. Ich hab ein Mais, der steht direkt nach dem, nein, neben dem Flug, ja, das ist ne Fläche, die ich verloren hab. Da ist ein Stück von meiner ehemaligen Fläche halt rausgepflügt. Und aktuell kann ich euch sagen, äh, was Unkrautdruck angeht, äh, bin ich geringer. Ja, also auch die gepflügten Flächen dieses Jahr durch die Feuchtigkeit und Wärme, Wahnsinn, was da alles ausgerühmt. Also überall, ob's gepflügt, ob's Triptill ist, ähm, overall kann man ja sagen, das ist der absolute Wahnsinn, was dieses Jahr steil geht. Mann, die haben mir eine Motorsäge reingelegt und ein Kanister, der offen war, Leute. Was machen die Jungs mit mir hier bloß? Also, kann ich euch sagen, Wahnsinn, was da dieses Jahr an Kräutern und Gräsern kommt. Und aktuell, würde ich sagen, sind meine Pflanzen in der Frühjahrsentwicklung besser dran. Ist tatsächlich auch in derselben Tag, Nacht gelegt worden. Das passt ziemlich gut eigentlich als Vergleich. Und, ja, meine haben natürlich durch das Triptill-Band, ähm, der entscheidende Vorteil ist teilweise wirklich die, die Gärers, die Nährstoff, ähm, Mobilisierung da unten drunter. Selbst wenn, der, der Geflügte hat ja Vorteile hinsichtlich der Mineralisation. Er hat sich ja bewegt, da kam Sauerstoff ran, damit wird Humus abgebaut, damit werden Nährstoffe frei. Und letztendlich hat er damit ja Vorteile. Aber wir haben ja durch die Gülle unten drunter so geballte Nährstoffe, dass er da richtig gegenschieben kann, ja, und das auch ohne Phosphor im Unterfuß. Das ist begeisternd eigentlich dieses Verfahren. Und wir haben, ich hoffe, ich kriege das nochmal hin, in Sachsen-Anhalt mit Striptill gearbeitet, auf 90 Bodenpunkte. Da mussten wir natürlich oben die Oberfläche ein bisschen vorlockern, damit der Boden vernünftig bricht und durch das Gerät fließt. Ich muss da demnächst mal hin und dann euch mal eine AKF aufnehmen, aber zurzeit ist die Zeit knapp. Ich zeige euch so, wie das ist, denn das Verfahren funktioniert auch gut auf so vielen Bodenpunkten. Ja, viele, die dann sagen, ja, komm mal, du hast ja jetzt aber auch nur hier Spiele-Sand. Das ist ja ganz klar, dass das funktioniert. Ne, wir haben das auch wirklich auf 90 Bodenpunkte gemacht und das Ergebnis, ich habe das in den Bildern gesehen, sieht einfach begeisternd aus. Jo, so wie dazu, jetzt fahren wir zum Mais-Stangenboden-Gemenge, das will ich euch unbedingt noch zeigen. Und dann sehen wir uns auch schon in der nächsten AKF wieder, denn heute haben wir uns erstmal nur mit Mais beschäftigt. Bis dann! So, wir sind jetzt hier auf meinem Mais-Stangenboden-Gemenge, was man übrigens sieht, wenn es unmengen regnet hier am Vorgewende, wo man oft drüber fährt. Da hat man auch Erosion, auch mit Striptill. Im Gesamten kann man sagen, ich weiß gar nicht, wie es hier geregnet hat, aber hier muss es echt krass geregnet haben. Im Gesamten kann man sagen, hat man aber deutlich weniger. So, wir haben jetzt hier den Mais, ihr seht das selber, der Abstand der Pflanzen ist deutlich länger vom Mais. Das heißt, wir wollten ja hier auch eine andere Spur treffen, ist egal. Wir wollten eigentlich, oder mein Ansatz, ich erzähle euch mal meinen Ansatz. Es ist ja so, dass Mischkultur nicht als Mais zählt. Das heißt, man kann so ein bisschen die Menge des Maisanbaus nach oben schieben. Wenn das zum Beispiel so ein Jahr wie dieses ist, wo ich Sonnenblumen komplett rausgenommen habe, aufgrund fehlender Wirtschaftlichkeit, weil der Preis halt extrem zusammengebrochen ist. Dann kann man sozusagen sowas machen und ich habe das Ganze noch einen Schritt weiter geführt und ich habe gedacht, so ist es auch nachzulesen, auch in MV, wenn die Leguminosenmenge überwiegt, sei es optisch oder als Menge des Saatguts, dann gilt das Ganze auch als Leguminose. Das heißt, ich habe hier sechs Pflanzen, Bohne gelegt auf einen Quadratmeter und fünf Mais. Ja, fünf Mais ist schon wenig. Und einfach mit dem Hintergrund hier zu sagen, jo, das ist hier eine Leguminose. Was wir auf jeden Fall wieder haben, sind Fraßschäden. Da und hier. Fangen wir von vorne an. Wir haben mitgemacht, wir haben hier Mais gelegt und vier Tage später habe ich hier die Bohne dazwischen gelegt. Warum dazwischen, warum nicht in einem Gemenge? Ich habe vor zwei Jahren dieses Eingemenge angebaut, ist ja meistens 7 zu 3 oder 7 zu 4. Das hat mir aber eigentlich im Gesamten nicht so richtig gereicht. Ja, ich wollte oder ich habe folgende Probleme festgestellt. Der Mais in der Jugendentwicklung ist gestört, weil der kann nicht so alleine vor sich hin wachsen. Dann ist die Verteilung der Pflanzen relativ zufällig. Das heißt, wir haben auch mal fünf Bohnen hintereinander und dann kommt wieder eine Mais, dann kommt wieder fünf Bohnen. Das heißt, wir haben nicht wirklich diese straightige Menge, wo man sagen kann, jo, hier sind drei oder eine Bohnen. Drei Bohnen, da sind wieder sieben Mais. Also immer schön im Abwechseln. Das hatten wir einfach nicht. Und dann habe ich mir gedacht und habe ich auch damals schon im Video gesagt, wenn du das nochmal machst, dann würdest du das jetzt anders machen. Du würdest jetzt den Mais legen und dazwischen nochmal die Bohnen. Na klar haben wir natürlich mehr Aufwand und fahren jetzt nochmal mit der Maislege hier rüber. Ist natürlich zusätzlicher Bodendruck, zusätzliche Überfahrung, alles nochmal zusätzlich, gar keine Frage. Das kostet auch ein bisschen mehr, auch das Bodensaatgut kostet mehr. Aber ich verspreche mir jetzt dadurch einfach eine bessere Symbiose. Ich habe damals auch festgestellt, dass die Bohne keine Knöllchenbakterien gebildet hat, weil sie auch einfach im Strip-Till-Depot umhergelungert hat. Da sind ja massiv Nährstoffe. Warum sollte sie dann alleine wachsen wollen? Also beziehungsweise warum sollte sie dann dieses Pushen das Ganze? Diese Symbiose mit den Knöllchenbakterien. So und so habe ich das dieses Jahr gemacht. Ich habe den Mais gelegt. Ich habe vier Tage gewartet und dann haben wir die Bohnen nachgelegt. Probleme sind hierbei, dass wir relativ wenig Möglichkeiten haben der Unkraut- und Ungrasregulierung, was man jetzt natürlich durch den massiven Niederschlag sieht. Jetzt kommt natürlich hier wieder zum Beispiel die Melde hoch. Wir haben hier ein Bodenherbizid gefahren. Theoretisch müssten die jetzt umkippen nach der Keimung, wenn die hochkommen und sollten nicht zu einer weiteren Verunkrautung führen. Gut, hier ist jetzt der Mais auch Gott sei Dank oben drüber. Das heißt, der wird jetzt auch weiter kräftig voranwachsen und das sollte nicht passieren, dass der da groß bedrängt wird. Ja, aber in manchen Reihen haben wir echt Probleme mit dem Feldaufgang von der Bohne. Wir sind auch, hier sind wir zum Beispiel straight in der Mitte, aber hier haben wir zum Beispiel keinen Feldaufgang hier in der Mitte in der Bohne. Oder hatten wir den und der ist weg. Also hier war eine, jetzt haben wir natürlich nicht den Stoch, die kommt hier noch raus. Jetzt haben wir natürlich nicht den Spaten mit. Kann natürlich auch alles, wenn die ein bisschen flacher liegt, dann haben wir natürlich auch eine Wirkung mit dem Bodenherbizid. Gar keine Frage haben wir auch. Hier ist der Spalt zum Beispiel offen geblieben. Organik an der Oberfläche ist, macht das natürlich nochmal umso schwieriger. Aber alles in allen, eins muss ich auch noch sagen, Leute, wir sind hier in Funklochhausen und hier haben bis jetzt alle RTK-Systeme ihre Probleme. Ob es ein John Deere ist, ob es ein Fendt ist, alle haben hier in den Reihen, gibt es mal immer wieder Schwankungen, wo sie damit mal drüber ziehen und ziehen sie wieder in die andere Richtung. Also hier ist wirklich null Empfang und das macht das auch so eine Szenarie dann auch mal schwierig. Seht ihr ja selber, dann steht die auch mal daneben und nicht genau mittig, obwohl es theoretisch laut Linie genau mittig sein müsste. So, aber letztendlich haben wir erreicht, was wir erreichen wollten. Wir haben jetzt hier die Bohne, die genau zwischen dem Mais wächst. Ja, die kann sich jetzt erstmal auch ein bisschen entfalten. Der Mais kann sich jetzt entfalten und der ist jetzt auch bald auf und davon und dann kann die Bohne dann natürlich dran hochranken. Wir haben die Jugendentwicklung vom Mais gestärkt, das, was wir machen wollten und wir haben letztendlich jetzt die Bohne auch gut integriert. Ich bin gespannt, was daraus wird, weil ja auch der Mais gar nicht, ihr seht ja selber, wie groß der Abstand ist, weil wir auch selber gar nicht viele Maispflanzen haben. Aber wir könnten hier Riesenkolben und Riesenbohnen schoten, wir könnten alles haben. Alles könnten wir haben, Leute. So, aber nichtsdestotrotz, die Schwierigkeit in diesem System ist es halt auch, das Ganze sauber zu bekommen, ja, da sind auch doch ein paar Bohnen nicht hochgekommen. Ja, das Ganze sauber zu bekommen, jetzt hier, ihr seht, wie krass das jetzt durch diesen ganzen Niederschlag ausgrünt. Das ist der absolute Wahnsinn. Wir haben keine Möglichkeiten jetzt hier mehr gegen Breitblättrige oder Zweikeimblättrige zu agieren. Es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, es gibt Fokus-ultraresistenten Mais, da könnte man im Nachgang was machen, mir wurde aber gesagt, der ist wohl sehr, sehr teuer. So, ich bin gespannt, wie es nach einer Woche aussieht. Das ist auch jetzt wirklich der Letztgelegte hier, also das haben wir alles zum Schluss gemacht. Die Bohnen und genau, den Mais, danach haben wir Sonnenblumen und sowas alles gemacht und dann, genau, vier Tage ungefähr ist Delay hier drauf. Ich bin eigentlich zufrieden, so wie es läuft. Jetzt muss das auch noch sauber bleiben, das Bodenherbizid muss weitergreifen. Und dann bin ich auch guter Dinge, also Hirsen haben wir jetzt gar nicht. Ich hätte ja auch gedacht, Hirse könnte ein großes Problem werden, aber es ist tatsächlich nicht. Es ist tatsächlich nicht. Sieht gut aus. Toll wäre natürlich, wenn alle jetzt so aussehen würden. So, ja. Ihr könnt euch ja mal, ihr könnt eure Erfahrungen sagen und schreiben. Mir haben auch einige geschrieben, dass sie es auch machen, schon ein paar Jahre länger. Und diese sagen, dass sie tatsächlich auch ertraglich knapp an den 20 Tonnen Trockenmasse liegen mit diesem Gemenge. Weil, wenn es viel Wasser ist, wächst das wohl unaufhaltsam vor sich hin. Das müsste hier schwarzer Nachtschatten sein, der hier kommt. Ich habe tatsächlich auch mit dem Pflanzenschutz an sich, hätte ich auch nicht mehr viel variieren können. Das heißt, ich musste das ja fahren, bevor die Bohnen durchstoßen. Also ich habe auch hier nochmal drei Tage nach dem Bodenlegen gewartet. Da war der Mais auch noch nicht raus. Dann bin ich losgefahren, also kurz vorm Durchspitzen. Und bin dann mit 300 Liter Wasser gefahren, weil es war sautrocken. Wir hatten keinen Regen. Damit das auch alles wirkt. Je feuchter, desto besser wirkt natürlich die Bodenherbizide. Ja, wenn es da nochmal ein Herbizid gibt oder so, oder keine Ahnung, irgendwie so eine Clearfield-Kombo, wo man alles sauber kriegt, das wäre natürlich optimal. Ich glaube, das große Hindernis bei diesem System ist wirklich, der Pflanzenschutz alles vernünftig sauber zu bekommen. Ansonsten glaube ich, hat diese Variante auch wirklich Potenzial. Gerade in den Jahren, wenn früh das Wasser vielleicht weg bleibt, der Mais nicht die Kolben ansetzt, die er gerne machen sollte, aber die Bohnen dann immer noch weiter wächst und immer mehr Biomasse bildet. Da werte ich eigentlich das Potenzial hoch. So Leute, nichtsdestotrotz war es das in dieser AKF. Wir halten fest, Mais steht gut. Wir können uns ja nächstes Mal noch die Sonnenblumen angucken. Wir haben noch die Sojabohnen, die stehen echt gut, also Feldaufgang ist hervorragend. Dann haben wir noch die ganzen Sonderkulturen, das sind die Problemfälle in diesem Jahr. Weizengeäste habe ich gestern im Stream gezeigt, wie ich habe die Qualitätsgabe im Weizen gefahren. Der steht auch wirklich, wirklich gut. Das gucken wir uns die nächsten Tage mal an. Muss gucken, wie ich das immer mit den AKFs untergeschoben kriege. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, auf was ich mal eingehen soll, was ich vielleicht mal erklären soll. Und dann danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.